ein wunderschönen tag euch allen und herzlich willkommen zu einem neuen fifa 18 spc video auf meinem kanal danke dass ihr alle wieder zahlreich eingeschaltet habt und mich weiterhin unterstützt vergesst nicht wenn euch dieses video gefällt könnt ihr mir gerne eine bewertung da lassen und wenn ihr mir helfen wollt 100 abonnenten zu erreichen dann könnt ihr mir gerne ein abo da lassen ich würde mich sehr darüber freuen und ja kommen wir nun zum heutigen thema es geht um diese spc die national duos heißt sie und ja wir kriegen als belohnung einen jumbo premium gold set im hintergrund werdet ihr sehen wie ich die mannschaft aufgebaut habe welche spiele ich verwendet habe und was ich für jeden einzelnen spieler ausgegeben habt ihr könnt natürlich auch eigene spieler nehmen wenn ihr sie als erstbesitzer oder halt schon im verein habt und ja ich habe versucht mit möglichst wenig münzen abzuschließen könnt euch gern diese teams oder dieses team abgucken und selber erstellen ich habe ungefähr 8500 bis 9000 münzen ausgegeben und ja im endeffekt müsst ihr selber wissen ob ihr die challenge macht oder nicht und ja jetzt gibt es noch kurz ein pack opening vergesst nicht wenn euch das video gefallen hat könnt ihr gerne ein like da lassen und wenn ihr noch mehr solche videos sehen wollt lassen ein feedback da und schreibt mir eure meinung in die kommentare für alles weitere habe ich in der video beschreibung alle links zu fifa 18 verlinkt check sie auf jeden fall ab und macht die challenge heute noch denn sie läuft heute nacht oder beziehungsweise heute noch aus und ja ich wünsche euch viel spaß vor drei ich 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 Bis zum nächsten Mal.